Die Wesen unseres Planeten Kapitel 1 Das Gesetz der Natur Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, welche sich in einer Welt zugetragen hatte, welche Harmonie nicht kannte. Eine Welt, welche im dauerhaften Konflikt existierte und vegetierte. Ein Konflikt, der von den Wesen des Planeten als gegeben betrachtet wurde. Es war ein simpler Konflikt zweier Gruppen. Tiere gegen Menschen. In einer getrennten Welt, in welcher ein Kontinent von Menschen dominiert und der Rest von ihnen unberührt war. Menschen und Tiere nahmen einander die Grundlagen des Lebens, Wasser, Nahrung und Lebensraum. Somit war ihre Todfeindschaft das Gesetz der Natur. Doch es gab einen einzelnen Menschen, der die Welt mit anderen Augen sah. Ein Mensch, der nicht an das Gesetz glaubte. Ein Mensch, der geleitet und mithilfe seines besten Freundes bereit war, alles zu ändern. Dies ist eine Geschichte, dies ist seine Geschichte. Eine Geschichte von Menschen und von Tieren. Es ist eine Geschichte über die Wesen unseres Planeten. Eine unbekannte Sicht vor 100 Jahren. Also willst du mir wahrlich helfen? Bist du dir da sicher? Mein neuer Freund nickte bloß als Antwort. Ich hoffe, du weißt, welche Ausmaße meine Mission hat. Wenn du mir wirklich helfen möchtest, wird jeder einzelne Mensch dein Feind sein. Wieder nickte er bloß. Gut, dann folge mir. Die Gegenwart. Ja, sonst nicht. Es begann alles an einem gewöhnlichen Tag auf Irylius, dem Kontinent des Eises. Dem Kontinent, auf welchem sich die meisten Menschen niedergelassen hatten. In einem kleinen Dorf, recht zentral auf dem Kontinent. Ein kleines Menschendorf mit einer großen Besonderheit. Und diese Besonderheit lief wieder einmal gemeinsam mit mir durch das Dorf. Ich? Mein Name lautet Jason. Ich bin ein normaler Bewohner dieses kleinen Dorfes. Was besonders ist, bin nicht ich, sondern mein bester Freund. Ecke? Der Wolf. Ja, ein Tier, inmitten eines Menschendorfes. Genau das war es, was nicht nur mein Dorf, sondern auch mich besonders machte. Ich hatte es geschafft, mich mit einem Tier anzufreunden. Dadurch, wie zahm und hilfreich Ecke war, war es mir gelungen, auch die anderen im Dorf davon zu überzeugen, dass er Teil der Gemeinschaft bleiben sollte, auch wenn nicht jeder einverstanden war. Mein Bruder zum Beispiel, Akadios, der Anführer unseres Dorfes. Er war einer der überzeugtesten Vertreter des höchsten Gesetzes. Der einzige Grund, aus dem er Ecke noch nicht verscheucht hatte, war, dass er eine Wette gegen mich verloren hatte, durch welche er mir das Recht einräumen musste, dass Ecke bleiben durfte. Aber wie konnte es überhaupt zu so etwas kommen? Wie konnten ein Mensch und ein Tier Freunde werden? Nun, zunächst war ich ohnehin nie ein Anhänger des höchsten Gesetzes, des Gesetz der Natur. Ich verstand nie, was war es, das einen derartigen Zwang zur Feindschaft erzeugen sollte. Menschen und Tiere lebten an den gleichen Orten und benötigten die gleichen Ressourcen zum Leben, doch muss sie das etwa zu Todfeinden machen? Letztlich wollen wir doch alle nur leben, oder etwa nicht? Und durch diese Einstellung handelte ich oft anders, als andere Menschen es würden. Unter anderem an dem Tag, an welchem ich im Wald beim Holzholen einen verletzten Wolf fand. Er sah wirklich schlimm zugerichtet aus, doch von einem Angreifer gab es keine Spur. Entgegen den Wünschen der anderen Dorfbewohner brachte ich ihn zu mir nach Hause und pflegte ihn gesund. Was anschließend passieren würde, wusste ich lange Zeit nicht. Doch als der Wolf aufwachte und im Verlauf der Tage wieder etwas auf die Beine kam, merkte ich schnell, wie freundlich das Tier wirklich war. Der Wolf, welchen ich schon bald Ecke nannte, schien wirklich dankbar. Ein Gefühl, welches viele andere Dorfbewohner von einem Tier nie erwartet hätten. Und genau deshalb glaubten viele auch nicht daran, wie freundlich Ecke wirklich war. Doch gerade dies gab mir eine Chance. Und ich ging eine Wette mit meinem Bruder ein. Wenn ich es innerhalb von zwei Wochen schaffen würde, mich mit Ecke anzufreunden und es zu schaffen, dass er dem Dorf irgendwie weiterhelfen könnte, dann dürfte er bleiben, insofern der Wolf selber es wollte. Dass dies der Fall war, hatte ich an diesem Punkt schon gewusst. Ecke schien keinen Gedanken daran zu hegen, wieder in die Wildnis zurückzukehren. Stattdessen blieb er bei mir im Haus. Und wie das Schicksal es wollte, schaffte ich es noch, nach nur einer Woche unser Dorf voranzubringen. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte. In unserer Welt haben manche Tiere Kräfte. Die Kraft der Elemente. Und Ecke war ein Wolf des Feuerelements. Mithilfe dieser Kräfte und einem Heizsystem, welches ich damit basteln konnte, schaffte ich es, ein kleines Gewächshaus zu bauen. In einer unwirtlichen, eiskalten Gegend, wie Irylius, war pflanzliche Nahrung rar. Die Möglichkeit, diese effektiv anzubauen, war ein riesiger Schritt. Ein Schritt, welcher ohne Ecke unmöglich wäre. Und dies sahen viele Dorfbewohner ein. Und letztlich musste es auch mein Bruder. Er war gezwungen einzuwilligen, dass Ecke nun ein Teil des Dorfes war. Versprochen war schließlich versprochen, auch für einen kriegerischen Anführer. Und seit jenem Tag wurde mein fälliger Freund zu einem festen Bestandteil meines Alltags. Auch an diesem Morgen waren wir wieder zu zweit unterwegs gewesen. Früh am Morgen wachte ich auf, während Ecke noch an seinem Lieblingsort im Haus schlief. Dieser Ort war die Wohnzimmerecke, direkt neben dem Kamin. Von dieser hatte ich auch seinen Namen. Aufwachen tat er, wie oft, erst als er roch, wie ich einen Fisch über dem Feuer zubereitete. Ich selber aß zwar ungerne Fleisch oder Fisch, aber für ihn briet ich trotzdem jeden Tag ein. Es war Eckes Leibgericht, das fand ich bereits früh heraus. Und manchmal gefühlt auch der einzige Weg, ihn überhaupt wach zu bekommen. Sobald er dann wach war, rannte er mir wie jeden Tag rund 5 Minuten zwischen den Beinen herum, bis sein Fisch fertig war. Anschließend, nach unserem Frühstück, arbeiteten wir vormittags im Gewächshaus. Die Hauptarbeit fiel hierbei logischerweise mir zu, da Ecke doch nicht ganz so bewandert im Anpflanzen war wie ich. Aber er versuchte zumindest zu helfen. In der Regel führte er jedoch einfach dem Heizsystem wieder die nötige Wärme für den Tag zu. Am Nachmittag machten wir immer irgendwas anderes, je nachdem was gerade anstand. Meistens mussten wir uns dabei nach Akadios richten, der irgendetwas von mir wollte. Auch an diesem Tag war es wieder dasselbe Spiel. Ecke und ich waren für gefühlt 5 Minuten auf dem Dorfplatz, als er schon wieder etwas von mir wollte. Ja Son, du traust dich also immer noch das Haus zu verlassen? Das Feuerholz hier im Lager ist fast leer. Geh mal in den Wald und holen neues. Höflichkeit stand für eine Person wie ihn natürlich vollkommen außer Frage. Aber ablehnen konnte ich schlecht. Also machten ich und Ecke uns mit einer Axt auf in den nahegelegenen Wald. Es gab nur ein kleines Areal, in welchem wir tatsächlich Bäume fällten. An dieser Stelle des Waldes wuchsen sie gut nach und hatten ein besonders brennbares Holz. Gleichzeitig war es recht leicht, was es für uns perfekt machte. Der größte Nachteil an diesem Teil des Waldes war die Leichtgläubigkeit vieler. Denn inmitten dieses Areals stand ein einzelner großer schwarzer Baum. Sein Holz wirkte nicht anders als das der anderen außer des unterschiedlichen Farbtons. Doch trotzdem schienen die Bewohner des Dorfes sich gerade vor diesem einen Baum zu fürchten. Wieso verstand ich ehrlich gesagt nie und... Ich war auch schon mehrfach kurz davor gewesen, das Ding einfach zu fällen, da mit Ruhe war. Auch an diesem Tag hatte ich für rund zwei Stunden einfach nur Holz. Ecke konnte bei dieser Aufgabe leider außer moralischem Beistand nicht viel helfen, da der Plan tatsächlich war, das Holz erst im Dorf zu entzünden. Aber trotzdem war es schön, nicht alleine im Wald zu sein, auch wenn ich logischerweise keine Gespräche mit einem Wolf führen konnte. Wir hatten bereits einen ganzen Haufen an Holz angesammelt, als mir dieser dunkle Baum erneut ins Auge fiel. Und dies war der Tag, an dem ich letztlich genug hatte. Auch wenn Ecke mich merkwürdig ansah, als ich dorthin schritt, trat ich zu dem Baum und begann ihn zu fällen. Es war endlich Zeit, diesem abergläubischen Schwachsinn ein Ende zu setzen. Auch wenn ich nie an irgendwelche dunklen Kräfte oder ähnliches glaubte, schon gar nicht an solche in einem normalen Baum, machte mich Eckes Verhalten doch etwas nervös. Ich hatte ihn selten so erlebt wie in diesem Moment. Er hielt deutlichen Abstand zu mir und starrte ausdruckslos auf den Baum. Nun überkam auch mich langsam Zweifel, aber... Ich hatte bereits erste Schläge gesetzt, nur noch zu stoppen war Schwachsinn. Genau wie meine Sorgen, die sich breit machten. Also machte ich weiter, auch wenn mein schlechtes Gefühl weiter und weiter anwuchs. Je mehr Hiebe ich setzte, desto eher fühlte ich auch eine eigenartige Ausstrahlung des Baumes. Als würde die Dunkelheit aus seinem Holz strömen und in die Umgebung freigesetzt werden. Alleine da ich sie freisetzte. Und nach einigen weiteren Hieben fiel der Baum. Und sein Holz verschwand einfach im Nichts. All die Arbeit umsonst. Sowohl Stumpf als auch Stamm verschwanden einfach. Und dort wo gerade noch der Stumpf war, waren nun Treppen zu sehen. Der Baum verbarg also tatsächlich ein Geheimnis. Und ich würde definitiv nicht umdrehen, ohne die Wahrheit noch herauszufinden. Ich geh gucken, was dort unten ist, Ecke. Wenn du dich mitkommen willst, dann warte einfach hier auf mich. Gut, ich bin gleich zurück. Außer einem nervösen Fiepen kam keine Reaktion vom Wolf. Also entschied ich mich, einfach die Treppen hinunter zu steigen. Die Wurzeln des Baumes waren hier in der Erde noch überall verankert und durchzogen die Wände der Treppe. Sonderlich tief nach unten ging es nicht, also kam ich bereits schnell in einem langen Gang an. Die großen Wurzeln an den Wänden blieben. Doch die Erde tauschte sich mit Steinwänden. Ich erkannte es schnell. An diesem Ort war eine Ruine verborgen. Die wohl vor Jahrhunderten verloren gegangen war. Alle Wände waren voller Zeichnungen, welche ich betrachtete. An einer Wand war etwas zu sehen, das aussah wie ein Kreis. Im Kreis standen acht Tiere. In ihrem Zentrum war nichts als wildes Gekritzel. Einige der Tiere, welche auf diesem Bild zu sehen waren, hatte ich noch nie zuvor gesehen. Andere waren mir jedoch bekannt. Neben jedem Tier war zudem ein Symbol gezeichnet, welches eindeutig für ein Element stand. So gab es zum Beispiel einen großen Vogel, neben welchem ein Blitz zu sehen war. Auch ein Fuchs mit einem Blatt war zu sehen. Und was mir am meisten auffiel, war ein Wolf. Ein Wolf, neben dem eine Flamme eingezeichnet war. Es erinnerte mich natürlich an meinen Freund. Auch ein zweiter Wolf war dort, was mich etwas verwirrte. Dieser hatte jedoch eine ganz andere, eine grell-weiße Farbe. Ich entschied mich dem Gang weiter zu folgen. Wobei ich auf ein anderes Bild stieß. Auf diesem waren viele Menschen zu sehen. Und wieder derselbe Wolf wie auf dem vorigen Bild. Er schien tatsächlich auf der Seite der Menschen zu stehen. Da beide Seiten einen gemeinsamen Feind hatten. Denn ihnen gegenüber stand auf dem Bild ein sehr eigenartiges Tier. In Legenden hatte ich bereits davon gehört. Es war ein Einhorn. Eine Art Pferd. Mit einem großen Horn am Kopf. Und auf diesem Bild schien es gleichzeitig zu leuchten. Hell wie die Sonne. Und doch Schatten zu tragen. Dunkel wie die Nacht. Allein auf die Zeichnung dieses Tieres zu blicken. Ließ ein Schauer durch meinen Körper zucken. Deshalb zog ich weiter. Das Ende des Ganges inzwischen fest im Blick. Nur ein einziges, letztes Bild lag noch vor dem großen Saal am Ende des Ganges. Dieses Bild zeigte alles, was ich bereits gesehen hatte. Menschen standen Tieren gegenüber. Genau den acht Tieren des eigenartigen Kreises. Doch über den beiden streitenden Parteien schwebte noch immer das höchste Wesen. Das Einhorn. Es schwebte in der Zeichnung direkt in der Sonne. Und strahlte noch einmal mehr Macht aus als zuvor. Nahezu unleserliche Schrift stand unter dem Bild. Ich konnte nur manches entziffern. Der Hoffnungsbringer. Krieg zwischen Menschen und Tieren. Ewige Harmonie. Durch einen unzahlbaren Preis. Dies war alles, was ich entziffern konnte. Jedes Bild warf mehr Fragen auf. Auf keine schien es eine Antwort zu geben. Aber noch war ich nicht im Zentrum des Ortes. Der große Hauptsaal lag noch vor mir. Und dort erhoffte ich mir die Antworten auf meine Fragen. Und ich würde finden, was ich nie gesucht hatte. Und um ein paar정을 сказать, So, ich bin ja. Und macht das, was ich nicht starkENS. Ich verstehe jetzt mal. Wenn vielleicht was ich noch mal – Das wird das emergen sind. Ich bleibe das geliebt. Und auch wasanders amوتens. Das〆 Sony, dann kann ich laptop.